2. Hälfte Ecke für Hannover und dann Gansanet! 1 zu 0 für 96! Hannover in Rot, Ecke Kiyotake, er für Bittencourt in der Startelf. Dann Karius mit der Faust und Breon mit Geschick! 1 zu 0 Hannover! Kiyotake, Breon legt perfekt vor, Lars Gindl 1 zu 0, 96! Aber dann gab es eine böse Überraschung, Hannover kam mit Breon, mit Kiyotake. Der traf zum 1 zur Note, Hannover in der 25. Saint-Maximin! Sein erster Torschuss in diesem Spiel! Sein erstes Bundesliga-Tor! Hannover war wieder da! Aber noch war nicht Schluss! 82. 3 zu 2 für Klaus Stindl! Und dann hinten raus, das unglaublich schöne Tor von Didier Jakumar! Die Oberbayern total überrumpeln! Karaman! 3 zu 0! Und dann Hannover 96 mit Kiyotake! Ein fantastisches Tor vom Japaner! In der ersten Sarnetor! Dann Ecke Kiyotake, 58. Minute! Und da lief Sané mit dem Ausgleich! Ein allererster Sané-Tor! Das war das Tor des Jahres! Bis zum nächsten Mal.